Siehst du, wer da kommt? Saratore? Ciccio Vitellos Sohn? Ich bin deinetwegen hier drin. Früher oder später bin ich wieder draußen. Wenn du irgendwas brauchst, ich bin immer hier. Nimm die Maske ab! Nein! Denkst du, ich lass dich einfach in der Scheiße sitzen? Du wirst diesen Laden in Zukunft führen. Du hast es wahrscheinlich noch nicht verstanden. Da steht scheiß viel Geld auf dem Spiel. Wir benutzen heute keine Waffen mehr. Wir machen hier ausschließlich saubere Geschäfte. Vertrau mir doch! Wir kennen Hallo! Wir machen hier, wir brauchen hier. Da brauchen Sie gerne zu werfen. Gemeinsam hier? Wir tun ja auch nichts anderes.